Ja, hallo und willkommen zum kleinen Infoclip im Fachbereich Wirtschaft. Das Fach Wirtschaft, das ist eines von drei Fächern aus dem berufsorientierten Bereich an der Mittelschule hier in Bayern. Man muss sich in der siebten Klasse, wo man noch alle drei Fächer hat, dann letztendlich für ein Fach entscheiden. Man wählt das so Mitte Mai und ab dem folgenden Schuljahr hat man dann folgende Stunden, egal welches Fach man jetzt gewählt hat. Der einzige Unterschied in der siebten Klasse ist, dass man das Fach Wirtschaft nur eine Stunde hat. Es gibt zwar auch Schulen, die haben es zweistündig, aber das ist irgendwo eine Sonderregelung. Und ansonsten hat man dann das gewählte Fach, also jeweils vier Stunden, achte, neunte Klasse. Und in der zehnten Klasse hat man das drei Stunden, falls man auf dem M-Zug ist oder dann nochmal hingeht. Ja, das Fach Wirtschaft teilt sich in vier Kompetenzfelder. Wir haben einmal die Medienkompetenz, die Kommunikation, Berufsorientierung und die Buchführung. Und diese Kompetenzfelder, die unterteilen sich dann nochmal. Fangen wir an mit der Medienkompetenz. Hier haben wir die Dokumentengestaltung, EDV-Kunde, Tabellenkalkulation und Präsentationen. Schauen wir uns das mal genauer an. Hier im Bereich Dokumentengestaltung, hier arbeitet man hauptsächlich mit Word. Man erstellt Tabellen, Flyer, Plakate und was man sonst noch mit einem Textverarbeitungsprogramm machen kann. Dann haben wir den Bereich EDV-Kunde. Hier geht es um Netzwerke, Termine planen. Das geht schon in Richtung Übungsbüro, dass man hier entsprechend realitätsnahe Arbeitsabläufe nachmacht. Und dann letztendlich um Datensicherheit, eigene Daten, fremde Daten, wie gehe ich damit um, Urheberrecht. Das ist hier alles integriert. Nächster Bereich, Tabellenkalkulation. Ja, hier geht es um Berechnungen oder dass man auch Zahlen mal als Diagramme darstellen kann und diese Diagramme dann vielleicht weiterverwendet in einer PowerPoint-Präsentation oder in einer Projektmappe. Hier ein kleines Beispiel, wie man so ein Diagramm erstellt, nur um hier mal so ein Gefühl für das Fach zu bekommen. Also hier beispielsweise, wie ich sehr schnell aus Daten ein Diagramm erstellen kann. Ich habe hier eine Auflistung, wie viele Noten kommen in einer Probe vor. Und dann sage ich Einfügen, Diagramm. Und schon ist es hier drin. Ja, nächster Teilbereich, es sind die Präsentationen im Bereich Medienkompetenz. Hier arbeitet man hauptsächlich mit PowerPoint, aber auch mit Prezi. Und hier geht es darum, einfach diese Programme für einen guten Vortrag zu verwenden. Auch der Bereich Desktop-Publishing ist hier integriert. Also hier ist dann das Augenmerk auf Plakate und Flyer gerichtet. Und auch so ein kleiner Teilbereich Homepage-Baukasten ist hier ebenfalls integriert. Ja, kommen wir zum nächsten Teilbereich Kommunikation. Der besteht aus Tastschreiben und Korrespondenz. Beim Tastschreiben, da wird einfach nur darauf geachtet, dass die Tastatur beherrscht wird. Das heißt, man soll hier auch wirklich blind schreiben. Also die Tastatur beherrschen, ohne dass man draufsehen muss. Und dann entsprechende DIN-Regeln. Im Bereich Korrespondenz, hier geht es um Briefe hauptsächlich. Privatbriefe, Geschäftsbriefe, um Bewerbungsschreiben. Hier ist wieder Telefonate und E-Mails drin. Also wieder etwas, was in Richtung Übungsbüro geht, um hier einfach einen praxisnahen Unterricht zu haben. Hier so ein Beispiel für einen Seriendruck, wie man also aus einem Brief mehrere Briefe machen kann, anhand von einer Adressdatei. Ja, hier ein Beispiel für einen Seriendruck. Man hat hier einen ganz normalen Brief, ohne Adresse noch. Und hier an diese Stelle soll dann letztendlich die Adresse herkommen. Man hat hier eine Adressdatei, das ist eine ganz normale Excel-Datei. Und dann geht man her und sagt Sendungen, Empfänger wählen, mit einer vorhandenen Liste. Und hier ist diese Excel-Datei, die macht man entsprechend auf. Und dann sagt man eigentlich nur noch Adressblock einfügen. Und schon ist hier die Adresse drin. Vorschau hat man hier auch. Da muss man noch die Zeilen entsprechend anpassen. Und wenn man dann sagt, Dokumente einzeln bearbeiten, dann sieht man hier, hat man diese drei Datensätze, die vorher in der Excel-Tabelle drin waren. Die hat man jetzt auf den drei verschiedenen Briefen. Der Inhalt des Brieftextes ist gleich. Ja, dann haben wir noch den Teilbereich Berufsorientierung. Ja, hier geht es um den Weg in den Beruf. Hier geht es um Praktikas, um den Betrieb an sich. Und dann letztendlich um die Vorbereitung zur Projektprüfung in der 9. Klasse, was dann schon so angebahnt wird in entsprechenden Miniprojekten in der 8. Klasse schon. Der letzte Teilbereich ist Buchführung. Ja, hier geht es um Verbuchen von Geschäftsfällen. Schauen haben diese Unternehmungen Erfolg, also Erfolgsermittlung. Und dann letztendlich um den Jahresabschluss. Das Ganze wird wieder eingebunden in Übungsunternehmen, um halt sehr realitätsnah das Ganze nachzuvollziehen. Ja, was ist das Ziel von diesem Fach eigentlich? Ich denke mal, hier sollte man Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die einen in dieser multimedial geprägten Gesellschaft einfach weiterbringen können. Und zwar nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch im privaten Bereich. Einfach um deren Vorzüge zu wissen oder auch, wenn man beispielsweise im Internet unterwegs ist, dass man um die Gefahren weiß. Und dann letztendlich im beruflichen Bereich sind bestimmte Dinge einfach Voraussetzungen. Also Word, Excel und PowerPoint, das ist ein Basiswissen, was jeder Betrieb irgendwo voraussetzt. Ja, was hat es jetzt mit Mr. Computerraum auf sich? Ich habe mir lange Zeit überlegt, es müsste doch auch gerade dieses Fach, wo es viel um Funktionen in Computerprogrammen geht, da müsste es doch irgendwas auf YouTube geben. Es ist aber kein einziger Kanal, wo praktisch alle Lehrplanthemen gebündelt auftauchen. Es gibt ganz tolle Kanäle im Bereich Excel. Es gibt auch wieder Kanäle, da geht es nur um Word. Und ich war auf der Suche nach einem Kanal, der praktisch den gesamten Lehrplan abdeckt. Und letztendlich habe ich mich dann entschieden, hier einen eigenen Kanal zu eröffnen. Und der nennt sich halt Mr. Computerraum. Und hier an der dritten Stelle sieht man schon an diesem schwarz-grünen Logo. Hier kann man auf den Kanal klicken. Und ja, wichtig ist, dass man weiß, was Playlists sind. Hier bei den Videos, das sind ja diese Clips chronologisch angeordnet. Aber hier bei den Playlists, da habe ich praktisch für jeden Teilbereich eine Playlist angelegt. Und in einer Playlist sind dann hier zu dem entsprechenden Bereich die Videos zu finden. Und was ich allerdings jetzt nicht gemacht habe, dass ich noch eine Klassenstufenunterscheidung gemacht habe. Also hier ist dann praktisch von 7 bis 10. Klasse alles vertreten. Hier zum Beispiel die ersten 7 Videos. Das wäre dann Inhalt 8. Klasse. Das 8. Video Erfolgskonten, das ist Inhalt 9. Klasse. Und Warenkonten, das taucht dann in der 10. Klasse auf.